Was ist die Liga? Natürlich wartet die ganze Liga darauf, dass Arminia Bielefeld verliert, dass das möglich ist. Da werde ich nicht müde, das zu sagen. Ich glaube auch gesehen zu haben und auch feststellen zu können, auch in den letzten Wochen. Jetzt vielleicht nicht das letzte Spiel von Arminia in Badaborn, aber in den vorherigen Spielen sind es Kleinigkeiten gewesen. Genauso, dass wir in den letzten beiden Spielen keine 6 Punkte geholt haben. Es lag daran, dass uns in einer oder anderen Situation die letzte Konsequenz gefehlt hat. Ich habe mir heute Morgen nochmal das Spiel in St. Pauli angeguckt. Weil ich nach dem Spiel in St. Pauli das Gefühl hatte, jetzt nicht aus unseren Reihen hier, aus Cottbus, aber aus Hamburger und auch in Deutschland, dass das ein glückliches Unentschieden war. Da muss ich sagen, da soll St. Pauli sich auf die Schulter klopfen und sagen, sie haben einen glücklichen Punkt gegen Cottbus geholt. Aber hier ist es das Spiel in St. Pauli angeguckt. Vielen Dank.